Vor ein paar Wochen ist eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill herabgestürzt. Seitdem sind wir von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand weiß, warum die Kuppel da ist und welche Katastrophen sie noch für uns bereithält. Jeden Tag testet sie unsere Grenzen und bringt dabei das Beste und das Schlechteste in uns zum Vorschein. Manche sagen, wir werden für immer hier gefangen sein. Aber wir werden nicht aufhören zu kämpfen, um einen Weg zu finden, hier rauszukommen. Lasst los, verdammt auch mal! Ich hab dich! Ich kann es nicht länger halten! Was ist, wenn der Tunnel und dass Barbie diese Klippe hinunterstürzt? Der Plan der Kuppel war? Was denn für ein Plan? Ich habe vor der Schule gewartet. Sie habe ich rauskommen sehen, Barbie allerdings nicht. Wo ist er? Ich rate Ihnen, lügen Sie mich nicht wieder an. Barbie ist tot. Das müsst ihr euch ansehen. Ich glaube, das ist ein Spielplatz. Aber wo? Der Obelisk. Ich muss dir etwas erzählen. Melanie lebt. Dale? Du bist es wirklich. Hi, Dad. Ich habe eine Nachricht für jemanden in der Kuppel. Für wen? Das ist doch egal. Offenbar nicht, sonst wärst du nicht hier.